Herzlich willkommen zu SRK TV Markt. Ab sofort können sich Verbraucher im Netz entspannt auf den Kauf eines neuen Kachelofens oder Kamins einstimmen. Ein Online-Test auf den Verbraucherseiten des Zentralverbandes Sanitär, Heiz und Klima verrät Endkunden, welcher Typ Ofen zu ihren Wünschen und Bedürfnissen passt. Vorteil für den Fachbetrieb, die Kunden machen sich über den Test mit wichtigen Belangen rund ums Thema vertraut und der SRK-Handwerker übernimmt als kompetenter Ansprechpartner die technische Beratung und maßgeschneiderte Umsetzung. Den Ofentypen-Test finden Sie auf der Startseite des verbandseigenen Verbraucherportals und auf den Verbandseiten für Fachbetriebe. Der Test lässt sich auch via Notebook, Tablet oder Smartphone durchführen. Für den nachträglichen Einbau in seine Lüftungsgeräte Profi Air 250 und 400 Touch nimmt Fränkische einen Enthalpie-Wärmetauscher in sein Lüftungssortiment auf. Neben Wärme gewinnt die neue Systemkomponente auch Feuchtigkeit zurück, sodass Räume vor allem im Winter nicht austrocknen und der Wohnkomfort spürbar steigt. Der Profi Air Enthalpie-Wärmetauscher ist in wenigen Arbeitsschritten eingebaut und bei Bedarf einfach mit Wasser waschbar. Die Druckverluste sind identisch zum ursprünglich verbauten Wärmetauscher, sodass beim Austausch alle Einstellungen übernommen werden können. Die Kosten für ambulante und stationäre Pflege drohen zu explodieren. Pflegekräfte sind häufig überlastet. Eine Studie aus Dänemark zeigt, dass Dusch-WCs Gesundheit, Körperhygiene und Selbstständigkeit älterer Menschen verbessern und so die Pflegekosten und den Pflegeaufwand merklich senken. Darauf weist jetzt der Sanitärhersteller Toto hin. Die Pflegezeit konnte nach dieser Studie um 51,8 Minuten pro Bürger und Woche reduziert werden. Circa 2285 Euro wurden pro Nutzer und Jahr eingespart. Alle Studienteilnehmer erzielten eine Verbesserung ihrer Gesundheit. Vier Teilnehmer benötigten keine ambulante Pflege mehr, die anderen kamen ohne Hilfe beim Toilettengang oder weniger Hilfe durch das Pflegepersonal aus. Entwässerungsanlagen werden aus wirtschaftlichen Gründen und zur Sicherstellung der Selbstreinigungsfähigkeit für mittlere Regenereignisse bemessen, obwohl Starkregenereignisse oberhalb des Berechnungsregens planmäßig zu erwarten sind. Das bedeutet, dass jederzeit mit einer Überlastung der Kanalisation zu rechnen ist. Zwar müssten die Gemeinden für einen sicheren Betrieb der Kanalisation sorgen und im Normalfall auch für verursachte Schäden haften. Das gelte aber nicht mehr bei einem ganz ungewöhnlichen und seltenen Katastrophenregen, urteilte der BGH. Dieses Urteil bekräftigt immer mehr Kommunen, den Grundstücksbesitzern vorzuschreiben, dass die Verantwortung zum Schutz gegen Rückstau beim Hausbesitzer liegt. Rückstauverschlüsse bieten diesbezüglich den besten Schutz und die beste Vorsorge. Darauf sollten SAK-Handwerker ihre Kunden hinweisen, empfiehlt Akko Haustechnik. Die fugenlosen Reinwaschtische Varius Med von Franke sind rundum mit Jailcoat versehen und wirken so der Haftung von Bakterien entgegen. Ich freue mich, dass ich Ihnen hier ein ganz neues Produkt aus unserem Hause zeigen kann, und zwar den Varius Med Waschtisch. Wir haben hier einen Waschtisch, der in Zusammenarbeit mit dem Klinikpersonal entstanden ist und speziell für die OP-Waschräume entwickelt wurde. Ärzte und Pflegepersonal müssen sich vor chirurgischen Eingriffen die Hände und Arme bis zu den Ellenbogen waschen und desinfizieren. Und dafür waren besonders ausladende Mulden erforderlich, die Sie hier in diesem Waschtisch vorfinden. Gleichzeitig sorgt ein Spritzschutz und eine leicht nach hinten abfallende Schwallkante dafür, dass möglichst wenig Spritzwasser und Tropfen auf den Boden gelangen. Sie erhalten diesen Varius Med Reinwaschtisch auf Maß gefertigt mit bis zu drei Mulden. Und zusätzlich wird das Produktprogramm Varius Med ergänzt um ein großzügiges Mehrzweckbecken, das zu Reinigungszwecken für Klinik- und Pflegeutensilien eingesetzt werden kann. Das Miranitmaterial eignet sich aufgrund seiner hygienischen Eigenschaften hervorragend für den Einsatz in Kliniken und Pflegeeinrichtungen. Die porefreie Gelcoat sorgt dafür, dass Schmutz und Kalk nicht gut anhaften. Und das Material wurde mehrere Jahre in einer Klinik in Nordrhein-Westfalen auf den Kontakt mit verschiedenen Reinigungs- und Pflegemitteln und Desinfektionsmitteln getestet, ohne dass sich Veränderungen an der Oberfläche gezeigt haben. Daher konnten wir aus diesem Produkt dann auch ein Serienprodukt machen. Sie können diesen OP-Waschtisch für verschiedene Einsatzzwecke in unterschiedlichen Maßen erhalten und mit bis zu drei Waschmulden. Das war SRK TV Markt für diese Woche. Schalten Sie auch morgen zu unseren Nachrichten ein. Bis dahin, Tschüss!